Hallo und herzlich Willkommen zu einer brandneuen Folge von OMSI 2 der Omnibus Simulator. Ja ich bin heute da mit OMSI 2. Es gab vor ein paar Tagen oder vor zwei Wochen einen neuen Patch 2.993 oder sowas. Auf jeden Fall gebe ich die Hoffnung nicht auf und werde wieder um die 2 aufnehmen und ich hoffe es wird reibungslos klappen und ja ich hoffe es war und da wir heute wieder von neu beginnen. Fangen wir heute mit ein Solaris Ubino 12 oder was 18? 12 oder 18er ich glaube das ist der 18er auf der Karte Baumgarten. Hier fahren die nächste Linie und zwar die Linie 19 von Albert Fleischhackerplatz zum Ikea West und ja als speziellen Grund dass wir heute wieder beginnen mit OMSI 2 habe ich mir gedacht ich schalte mal die Kollision an. Also können Unfälle passieren alles was ich nicht hoffe ich hoffe ihr bekommen reibungslos durch und ja und ich hoffe dass OMSI 2 nicht abschwirrt. Bis jetzt habe ich das einmal nur getestet. Eigentlich lief das ganz gut mit OMSI 2. Es hat sehr stark geruckelt. Vielleicht lag es auch an der Map. Ich weiß es nicht aber wir werden das Beste daraus tun. Wir steigen am besten ein. Ja wie ihr sehen könnt habe ich mein Truck IR ausgelassen aus dem Grund weil es damals bei der letzten Laufnahme so stark geruckelt hat das mit einem Truck IR überhaupt keinen Spaß macht zu fahren und das würde mit den Zuschauern würde das auch nerven. Also wir rüste es mal auf. Wir fahren heute mit dem Almex. Wisst ihr bescheid. Vorplan habe ich schon ausgesucht. Wir haben in vier Minuten Abfahrt und wir geben mal die Linie ein und zwar das war das war hier. So okay wie war das jetzt 014 00 01 00 hoff ich wenn nicht dann noch mal. 019 00 00 00 01 so rum. Ikea West. Jetzt müssen wir rausgucken ob das stimmt. Ja steht noch nicht da. Ähm. Ähm. Ikea West. Ikea West. Ikea West. Ikea West. Ikea West. Okay. Scheiße falsche Route. So nochmal 014 00 00 00. Ob ich 1 oder 2 eingeben. Ich gebe 1 2 ein. Ich weiß es nicht. Scheiße. Ja das Maus klicken hört man leider immer noch. Aber ich schiebe das Mikro mal ein bisschen zu mir. Äh. Es wird sich besser ne. Also ich versuche äh äh eine neue Maus zu kaufen. Ne. Eine Maus die nicht so laut klicken tut. Äh. Und dann wird das auch gehen. Und demnächst. Nächstes Jahr gibt es große Veränderungen bei mir. Im Privatleben. Und äh. Lassen wir uns überraschen. So. Ikea West. Das stimmt schonmal. Und wir machen schonmal ein Thumb Mail. Äh. Thumb Bild. It is Thumb Bild. Ne. It's great. Nein. Gut. Äh. Temperatur. Alter. Die Glocken nerven mir. Das geht da ja nicht. Aufdrehen. Hier. Ein bisschen wärmeren kommt. Bevor sie wieder rummeckern. So. Temperatur. Thermometer. Äh. Sehen wir. Sehen wir hier. 12,4 Grad. Jetzt muss ich mal gucken. Nein. Das ist die Außentemperatur. 5 Grad. Äh. Was hab ich da eingestellt? Wo steht denn das? nochmal. Demometer. 5 Grad. Also stimmt das wohl. Wir haben 12,3 Grad. Habe ich die Hilfspfeiler an. Ja. Ich hab Angst von oben. Sie abschmiert. Weil sonst bin ich wirklich fertig mit den Nerven mit diesem Spiel. Dann warte ich bis 2.2 rauskommt. Kommt ja leider erst nächstes Jahr im ersten Quartal raus. Das heißt. Es kann zwischen Januar und März sein. Mann weiß es nicht. Ne. Oh. Da wird gleich losgeblasen. Hier. Das ist der Wahnsinn. Äh. Das Blasen. Das Blasen. Das Blasen. Das geht zu laut. Ja. Wir haben hier eine Berliner Türsteuerung. Und ich hab hier so einen kleinen Board drunter geladen. Das sieht besser aus. Ich weiß nicht, ob man das so erkennen kann. Weiß ich selber auch nicht. Okay. Fangen wir mal los. Wir haben einen Ellenblutabflug. Oh Gott. 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 Oh Gott Also nicht im Teenspeak, sondern im Train-Simulator. Ja, die Ansagen... Hä? Messe alle 3 bis 7? Was ist denn hier los? Wow, wow... Äh... 014... 00000001 Oh Gott, ich hab das jetzt reingehört... 014... 014... 014... 014... 014... 015... 015... 015... 015... 015... wir möchten verspätung wollt ihr mich rollen Hartz 4, Hartz 4, Hartz 4, Eindeutig Hartz 4 wir fahren zur Linie 19 nach Albert Fleischhacker Platz äh Quatsch Kiew West Hallo meine Es ist kalt hier, wie im Kühlschrank Hallo Hallo Kommt drin, kommt drin Guten Tag Kürtchen, Kürtchen, Kürtchen Genau Ja, es verwirrt mich jetzt schon Äh Keine Ahnung, was jetzt war Fand ich grad ein bisschen merkwürdig, ne Draußen ist es ein bisschen dunkel aber ich hab das Wetter eingestellt was es zur Zeit nur gibt in der Rie 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 Wie gesagt, Kollision ist an Albert Fleischhacker Platz Busmarktruf Diese Fahrt endet hier mit Aussteigen Umsteigermöglichkeiten zu den U-1 und 3 sowie zum Flughafenbus Bitte was? Ey komm, verarsch mich hier nicht Lächelt sich doch nur über die Standard, äh, äh, andere Version nehmen so ein alter Die will ja nicht mit Ihr Problem Willhelm-Meier-Straße Platz Jetzt hat er sich Na, eigentlich Alter, das ist verwirrt, ey Okay Jetzt reicht's mir aber Jetzt stellen wir mal das Wetter um Weil das ist mir doch ein bisschen zu blöde Keine Wolken und, äh, Helligkeiten bisschen Hoch damit und, äh, zack Ihr wollt ja auch was sehen, ne? Jetzt kann ich hier nicht verantworten bei der ersten Folge nach einer langen Pause Jetzt geben wir mal ein bisschen Stoff Weil wir haben Verspätung Eine Minute und das zeigt mir hier nichts an Nee, das ist, äh, die Technik, ne? Also, äh Hätte ich mir doch nur über den anderen nehmen sollen Aber, naja Ah, ja Wie gesagt, Kollision ist an Oh, Alter, das trönt in den Ohren, ey Guten Tag Ach, doch, die Anzeige geht doch Die Verspätung, die Sonne Verschwindet bloß Finde ich uncool Ich möchte beim Fahren sehen und ich will nicht irgendwann stehe, oh mein Hier rein da und Gott Das ist nicht zu schlenkis Lenkrad hört man leider Tut mir leid Tut mir leid I'm sorry Auch gut, jetzt kommt keine Ansage Die Technik Och doch, wow Noch ein Bus Ein MAN, ne? 5 Grad 1 Grad Ui Ist aber doch etwas zu kalt, äh Das sollten wir doch mal ein bisschen höher schalten Oh Gott, es ruckelt ein bisschen das Deswegen hab ich den Trucker eher aufgelassen 10 Frames, 17 Frames Hallo Guten Tag Guten Tag Guten Tag Ich hoffe, man versteht mich noch Aber es ist echt kalt im Bus und Da müssen wir doch mal ein bisschen mit dran denken Genau Genau Das lustige ist Äh, ich könnte ja den Grafikmod ausschalten Aber es würde ja nichts bringen Weil der Ich war Was fressen Hallo Es wird genau Es wird genau so das Ergebnis sein Das Ergebnis sollte gleich sein Also Auf und Sicht 2 bleibt immer ein Ich muss immer nachgucken ob es richtig ist Auf und Sicht 2 bleibt immer ein Trauerkind Trauerfall Ja, übrigens das ist der Solaris von Alther